Das folgende Lied heißt Lied für die digitale Boheme und geht so. Das ist kein Intro, das Lied muss erst noch booten. Ich habe keinen Chef, ich muss nicht ins Büro. Ich sitze mit meinem Notebook unten im Bistro. Ich schlafe morgens aus, ich fühle mich so frei. Ich schufte auch am Wochenende bis nachts um drei, denn ich bin ein Selbstausbeuter. Yeah, 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 yeah. Er ist ein Selbstausbeuter, mehr, 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 mehr. Zur Steigerung der Kreativität, nämlich homöopathische Kräuter. Er ist ein Selbstausbeuter. Yeah, 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 yeah. Ich arbeite 80 Stunden und bin doch nur mittelmaß. Aber ich sag mir immer wieder, Arbeit macht doch Spaß. Manchmal gehe ich brunchen mit meiner Freundin Esther. Dann spielen wir unser Lieblingsspiel. Es heißt, wer ist gestresster? Denn ich bin ein Selbstausbeuter. Yeah, 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 yeah. Ich bin ein Selbstausbeuter. Mehr, 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 mehr. Er ist ein Selbstausbeuter. Und manchmal da bereute, damals nach der Schule, mich auf Lehramt studiert zu haben. Ich habe drei Projekte, dann habe ich nur noch eins. Dann habe ich zwölf Projekte, dann habe ich wieder keins. Ich bin flexibel und belastbar, innovativ und ich bin jung. Ich verwechsle ausgesourcete Arbeit mit Selbstverwirklichung, denn ich bin ein Selbstausbeuter. Yeah, 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 yeah. Er ist ein Selbstausbeuter. Mehr, 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 mehr. Ich bin nicht nur ne Kuh, ich zieh auch noch selbst an meinem Euter. Er ist ein Selbstausbeuter. Mehr, 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 mehr. Applaus